hallo und herzlich willkommen mein name ist cheeky boink das ist rocket league und wir haben schon seit eonen kein rocket league mehr gespielt gibt es ja neue autos die wir uns nicht kaufen können ja gibt es anscheinend schon chaos run das machen wir mal nicht ich möchte online spielen und ein spiel suchen schneefrei hockey ist neben ich glaube das können wir noch körper käme auch rumble rammel noch mal ach so rammel genau der modus war auch ziemlich cool es war auch dieses mario kart ähnliche wenn ich mich recht erinnere was ist denn y arenen cool präferenzen also ich muss ja sagen da hat sich weltweite präferenzen nutzen da hat sich einiges getan bei rocket league und das gefällt mir sehr ich würde gerne der einfachheit halber mal in einen standard match wechseln wir noch ranglos egal weil wir haben uns daran wieder verloren wir haben so lange nicht gespielt unfassbar 226.000 leute online krass spielt sich das denn noch mal wie geht das egal egal wir haben den controller in der hand kriegen wir hin eines meiner lieblingslieder vom soundtrack ja viel spaß wünsche ich euch und mir color tv video online und der ich weiß es auch nicht das ist wie fahrrad fahren funktioniert einfach immer die leute haben dazugelernt glaube ich und weg damit in richtung unseres tors schön daneben aber der kollege hat abgefangen und das könnte ein törchen werden wenn denn nicht wenn denn nicht wie immer das ist schlecht das so dunkel oder meine ich das nur vielleicht müssen wir das noch mal anpassen hier wohl die arena ist auch dunkel den aber gerettet oder und ich krieg noch nicht mal ein pünktchen dafür aufregend wie immer ich sehe gar nichts okay ein heißes match und jetzt rein bitte kommt schon freunde wieder rein nein aber gut gemacht trotz ist ja noch nicht gelutscht da geht noch was das war meine schuld das war meine schuld schaut euch an aber da auch kein anderer also ist nicht alleine was haben wir denn hier für kollegen äh veteranen ja der versucht erst gar nicht unser teamkollege an den ball zu kommen warum auch also ist ja nicht das ziel hier ein törchen zu machen moment tylko oh e egal also ich meine schaut euch an wieso sollten also jetzt einige 17 kommen auch zu ende spielen finde ich zumindest ich stehe auf jeden fall nicht für jahr ich mache jetzt keinen vorwurf ich glaube ich habe das ganz gut im griff nur die jungs nicht ich gebe die schuld einfach mal weiter jetzt aber rein machen das ding ist aber ist auch kein anderer zur stelle das ist halt das traurige ja also einfach mal vorbeifahren ja sieht auch gut aus dass er so lange gebraucht hat um als tor gewertet zu werden kurios ne 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 und zero ja jetzt in gut und jungs ein cooles design immerhin 290 punkte wir suchen mal neue spielen ergebnisliste verbergen warum also um das zu genießen beitritt läuft immer noch und er läuft timeout suche nach einzelnen nö achso drei gegen drei was ist denn mit einem doppel also hm vielleicht kommt da ja ein spiel zustande ach er hat was für er hat was gefunden statistiken gespielte spiele über 1000 da sind wir in zwei gegen zwei silent amiribus und mito jäger wer ist denn bei uns der mito jäger da hat wohl keiner geglaubt dass er den ball tricht aus wo ist mein pet wo ist mein pet das alte problem das pet streikt oder ist es wo gibt's doch nicht treffsicherheit am limit und da ist er drin der mito jäger immerhin dadurch dass ich ihn irgendwie nach vorne gespielt hat doch wieder gut gemacht das macht er mal eben im alleingang wasteland mad max to the max what a goalie sexy sexy guter schuss guter pass heilige makrele heilige makrele hm so danke da schauen wir uns mal im replay an nach ja irgendwie ja mit reingekickt worden und da sind wir drin schade jetzt ist aber mal drin wo ist denn hier wo ist denn hier bei jedem nochmal die chats hier durchgucken naja und da Ein Befreiungsschlag. Und der kann ihn reinmachen. Mito-Jäger. Oh, mein Gott. Da muss ich auch noch ein bisschen üben. Mal wieder üben. Wir konnten es ja mal einigermaßen. Doch nicht mit Fahrrad fahren. Und der kommt da. So, Mitte. Kein Turbo. Auf, auf und auf. Leute, gebt mir doch mal Chance. Oh, 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 oh. Nö. Geh weg. Und jetzt mach dann rein. Ich fass es nicht. Wie viel Pech kann man haben? Wie viel? Amiribus. Ja, er sagt, ich werde kein Tor schießen. Das stimmt. Jawoll. Jawoll. Und immerhin mal gewonnen. GG an die Kollegen. Und wir machen mal einen kurzen Break. Ei, ei, ei. Da müssen wir wieder reinfinden. Aber ich hoffe, das geht schnell. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.